Leute, wenn hier nichts ist, ich filme gerade Feuerwehrkoffer, aber irgendwie kommt gerade eins vor, aber ist voll abgegangen. Also bitte dreht das Video nicht an, wenn man schaut, dass man wieder bis zum Ende... Warum? Ich gehe weiter runter. Ich kann nur da filmen, aber sonst muss ich doch die ganze Ruhe ein. Ich warte ein bisschen. Irgendwas ist hier, aber ich habe es nicht gesehen. Nein, warum explodieren die nicht? Nein, ich habe es nicht, das ist jetzt. Jetzt geht es auf. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Hush! Das ist der Mond! Der Mond! Der Mond! Wo ist der Mond? Was geht da ab? Ich denke, da fliegt gleich etwas hoch! Ich denke doch, fliegt gleich etwas hoch! Da leuchtet es nämlich ein bisschen, ich denke, aber das hat man gerade nicht gesehen! Man sieht es jetzt! Boah, ist der hochgeflogen! Ich hätte jetzt fast meine Idee von der Terrasse weggeschmissen, weil ich mich ganz so erschrocken habe, wie Vicky mich so angegriffen hat und ich habe sie nicht beobachtet. Boah! 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 Ich wollte es einfach nur zeigen wie Silvester ist! Also, jeder war schon, denke ich schon, von euch! Also, jeder hat schon Silvester gesehen, wie die Leute das feiern! Aber ich habe einfach mal ein Video gedrückt! Ich habe mir einfach mal gedacht, jo... Was ist das? Das Ding... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das hat funktioniert... Was ist das? Das funktioniert nicht. Was ist das? Hä? Achso, beim Anziehen... Nein! Was ist das hier nicht? Ich höre überall diese Explosionen, ich sehe sie aber nicht. Wartet Leute... Vielleicht sehen wir von hier etwas mehr. Keine Ahnung, hier sehe ich halt überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob die hier doch irgendwas machen. Ich lebe nicht mal weiter nach außen, ob hier irgendwas abgeht. Lötter! Tada! 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 Sei still, Mann! Weck, jetzt stört immer meine Videos. Piss dich! Geh rein! Geh rein! Die hier! Die! Mann! Was singst du? Vicky, Mann! Geh weg! Wenn es noch einmal scheiß Spaß ist, dann gehst du rein! Auf mein Finger! Auf mein Finger! Ich hab mein Finger gebrochen unter dem Video! Wegen die hier! Wegen die hier neben mir ist! Wie ein Erft! Eigentlich wollte ich im Video gar nicht sprechen, aber weil die Vicky hier ist! Wegen die kann man nichts machen! Und wenn ihr fragt, warum das Bild so dunkel ist! Es ist Nacht! Ich hör überall die Raketen! Wie geboxt! Also ich hör überall die Raketen! Aber hier! Aber ich seh sie nicht! Und hier sind auch... Ah, Vicky! Ah, Vicky! Die hat mich gerade so... Geboxt! Ah! Dieser... Guck, warte! Guck! Gucken Sie! Diese... Die da... Kommen Sie mal bitte rein! Kommen Sie mal bitte her! Nein! Eben, Eben.